So, dieses Mal fahren wir einen komischen Weg zum Flughafen. Kann das sein? Anderer Eingang oder so? So, wir sind auch noch in der Baustelle. Ja, wo fahrten die hier rum? Ich dachte, wir sollen zum Flughafen. So, hier steht die Eskorte. Okay, es sieht aber nicht aus wie eine Eskorte, wie eine Verfolgungsjagd. Was, Weasel News? EIN-Meldung? Was? Polizei findet verschwundet Ubert? So, ah. Alter, wie die rasen. Wow, alter, alter. Da kippt der Tank um. Wow, no. Wow, das war auch knapp. Verschätzt mich auch gewischt. So, und was sollen wir machen? So, um den die stoppen oder so? Wow. Warte, warum brennt das hier? So, wo will denn die hinfahren? Man, die fahrt hier nur auf dem Flugfeld rum? Oh, no, no, no. Ja, alter. Das hat irgendwie... ...nicht hinter die Turbinen kommen. So, die geht hier auch weg. So, wo rasten die hin? Oh. So, was schon mit dem da? Kein Bock mehr. Da wollen mich auch richtig schnell irgendwie. Ich hab mit meiner getrunten Karre kommt nicht mal hinterher. Oh, ja. Wow. Alter. Da spritzt das Blut raus. Alter, ich hab die doch nicht umgebracht. Das war doch nicht ich. No, 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 no. Doch gar nichts gemacht. So, haben wir hier Gas geben. So, soll ich mir jetzt ein Flugzeug holen? Ich mein, die Karre ist ja egal. Die soll ich eh nachher wieder vor meinem Haus stehen, weil es ja meine Karre ist. Wow, hallo. Da waren viele. Ich würde sagen, diesmal eine kleine Maschine, weil die große kriegen wir nicht so schnell hoch. Wow, jumpen. Oder auch doch nicht. Sack halt so aus. Von weiter weg. Ja, genau. Steck über die Türe. Oh. Alle, die ballern halt alle. Oh. Autsch. So, lasst mich durch. Oh, jetzt muss da das eigene Flugzeug auch noch stehen, oder wie? So, und Vollgas. Das wird reichen. Weil das kommt halt schnell in die Luft. Das ist halt der Vorteil. So, und wo sind sie? Weg. Sehr schön. So, jetzt sollten wir noch kurz die Sterne weggehen. Und dann, wenn ich ausstecke, habe ich ja glaube, jetzt immer einen Fallschung. Hoffe ich zumindest mal. Warte, wie lange suchen die mich? Ah, hier sehen wir. Der Heli hat mich völlig gesehen. Könnte mir völlig sein. So, jetzt sind aber die Kopf weg. Ah, sehr schön. So, jetzt hat ich aber wohl mit Solomon wieder den Film bringen. Ich habe dich einmal, Tony. Aber es gibt nichts zwischen uns. Jetzt, dass ich weiß, dass du dich liebst, dich liebst, dich liebst. Wirklich? Wir machen das jetzt? Jetzt habe ich nur gesehen, dass Devin Weston's Legal Council geöffnet werden. Oh, die Molly? Oh Gott, das ist schrecklich. Du hast keine Ahnung. Sie panisch, fangt und fangt. Aber ich schraubte das Bild, also haben wir noch ein Film. Du glaubst das Analog? Es ist alles digital. Wir haben Backups überall. Ich meine, wir filmen auf der Green Screen. Du könntest mir sagen. Ich bin sorry, ich dachte, du wusste. Die Ereignisse ist bereits fertig und wir müssen es rauskriegen, bevor sie uns wiederholfen können. Ich habe eine Premiere geöffnet. Das wird sie von uns verletzieren. Eine Premiere? Für Meltdown? Okay. Kannst du meine Familie bitten? Sie können endlich etwas für mich zu sein. Natürlich! Es ist bereits auf der Weg von Kurier. Okay. Shit. Ich werde bereit sein. Es war ein Amerikaner Gewalt, übrigens. Der Film-Quote. Obviamente. Sonst nicht. Da 너 sich auf der unsichtbaren Sonnenbank. Ist ja auch mal geil. Hier das Handtuch in der Luft. Jetzt nicht mehr. So, dann haben wir direkt zu Hause ein F. Okay, was können wir denn machen? Oh, hey. Hey. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here, come on. I can't stay. What's up, babe? No, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He's just another nigga from the hood. Him stretching all the motherfucking clowns. All he want to do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit. It works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is old. Oh. I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO and investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own. I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me. Not done bad or done good. Babe, look. I'll change. No, you won't. And that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's gone up to some sawmill near Polito Bay. You do what you gotta do. Fuck. So, okay, zum Sägewerk. Das hört sich aber nicht nett an. So, nehmen wir mal hier wieder die Karre. Franklin, what's up? Hey, man. I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay has some sawmill with some balling. Could you, like, do some computer magic and look into it? Is that possible at all? It should be. I've got a back door into the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Uh, hold on. Uh, yes. So, what'd it say? Huh. Uh, this must be it. Uh, there are older reports of a weed operation being run by an African American gang. Uh, the files got buried, so, uh, I'm guessing they paid off the cops. They growing weed up there? Growing it in the hills most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit. And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them it's for me. And it's serious. Thanks, man. Okay. So, okay. Dann haben wir hier auch ein kurzes Streckchen zum Hinterlegen. So, no. Das hat nicht gereicht. Wollt grad noch rechts reinziehen. Irgendwie war das nix. So, irgendwo in der Wüste müsste ich ja dann irgendwie sein. Alito Bay. Und hier fährt ein Traktor rum. So, machen wir hier eine kleine Abkürzung. Wow. Oh, da ging's ja ganz schön nach unten. Zum Glück hab ich meinen Geländewagen mitgenommen. So ein bisschen. So, immer noch vier Kilometer. Hey, das zieht sich schon. Da haben wir überlegt grad. Waren wir schon mal im Sägewerk? Ne, wo waren wir denn? Damals, wo Trevor hier die Patricia einführt hat? War das auch das Sägewerk? Oder ein anderes Werk? Kieswerk? Oder Betternwerk? Keine Ahnung. So, hier waren wir auch schon bei den Bikern. Bei den Lieben. So, jetzt wird's ja auch langsam noch geländemäßig. So, ich genieße grad ein bisschen die Landschaft. Sieht schon hier alles schick aus. Alter, lass mich durch. Ne, dann den Berg da nach oben. So, gleich auf links. Na, die Kofi schaffe ich irgendwie nicht so ganz. Wird immer ganz so schön rumtriften, aber die ist so eng. Ich glaub, das klappt dann nicht so ganz. So, oh. Achtung, Radfahrer. Anliegen nicht mal zur Seite. Die sturen Köpfe. Oh, da wo ist denn das Sägewerk? Gibt's ja gar nicht. So, der Tunnel ist ja auch irgendwie komisch, ganz leer. Keiner unterwegs, hallo? Oh. Oh. Los Santos. Los Santos. Los Santos. Los Santos. Los Santos.